das klingt jetzt vielleicht etwas verrückt ist es auch denke ich mal aber egal machen wir es einfach mal das hier ist eine bonsai kartoffel ja mini mini das ist mein finger das ist die kartoffel und wie man sieht keimt die sogar schon gefunden habe ich das gute stück auf dem acker und lag da oben einfach so drauf und war im keimen und jetzt machen wir einfach mal eine bonsai kartoffel mal gucken was daraus wird so eingepflanzt ist die kartoffel die bonsai kartoffel ja ein bisschen deck ich es gleich noch zu aber ich wollte es euch kurz zeigen dass auch wirklich da drin steckt so dann hoffentlich gute ernte wo